Hallo ihr Lieben, ich bin Hexe Sandra und ich darf euch den neuen Kanal vorstellen hier auf YouTube und zwar den Gaming-Kanal. Ihr habt abgestimmt, dass alle Games an sich in Form eines Let's Plays auf einem Extra-Kanal erscheinen, weil dieser Kanal doch ein bisschen unübersichtlich wird, was auch mich tatsächlich selbst gestört hat. Und wer Games sehen möchte zum Thema Hexe, Magie und Paranormales, gerne auf dem anderen Kanal. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und Freude, was hier auf dem Kanal Hexe Sandra, also nicht im Gaming-Kanal, bestehen bleibt, ist Magie in Games, wie eben auch Magie in Filmen. Da werden wir uns das nochmal ganz genau angucken, was da so gezeigt wird, ob das so in Anführungszeichen realistisch ist oder nicht. Ebenfalls wird es auch noch hier eine einzige Playlist geben mit den Games, die bereits hier online gegangen sind, mit nur der ersten Folge, eben bis alles soweit auf dem anderen Kanal eingerichtet ist, damit die Leute, die die Games hier gewohnt sind, diese nicht suchen müssen und weitergeleitet werden. Bis dahin, Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020